Diese zu erwerbende neuwertige Fünf-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt in Kärpen. Das im Jahr 2003 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Parkplatz. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 300 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 126 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 395.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017